Leverkusen scheint die sportliche Kurve gekriegt zu haben. Die Werkself ist seit vier Ligaspielen ungeschlagen und holte dabei acht Punkte, zudem zog Bayer am Dienstag durch 41 gegen Union Berlin auch in die nächste Runde des Pokals ein. Beim kommenden Liga-Gegner in Köln läuft bislang wenig zusammen. Julian Brandt will diesen Zustand verlängern. Das Rheinderby zwischen Leverkusen und Köln bringt eine große Brisanz mit sich. Beide Feengruppen wollen unbedingt den Sieg. Die Rivalität springt auch auf die Spieler über Punkte. Das bewies Julian Brandt, der nach dem 41-Pokalsieg gegen den 1. FC Union direkt den Blick aufs Duell der rheinischen Rivalen richtete. Dass die Werkself zu Hause in jedem Fall siegen möchte, ist klar, Brandtsort warfiel allerdings sehr deutlich aus. Es klingt hart aber wenn Köln am Boden liegt, müssen wir einfach weiter drauf treten, forderte der Offensivspieler, fügte jedoch hinzu das sage ich, ohne den Respekt vor dem FC zu verlieren. Wie heißt der 21-Jährige auf das Duell ist, ist spätestens nach dieser Formulierung klar. Ab morgen früh werden wir alle an Köln denken. Irgendwann wird's der FC wieder gewinnen. Ich hoffe, nicht gegen uns. Zuletzt war die Bilanz der rheinischen Rivalen recht ausgeglichen. Zwar unentschieden in der Vorsaison, jeweils ein Auswärtserfolg zuvor. Bayer könnte durch die längere Pause etwas frischer sein, der FC hat indes am Abend in Berlin die Chance, sich etwas Selbstvertrauen zurückzuholen. Punkt am Samstag ab 15.30 Uhr gilt es dann für beide Teams, die Motivation im Kölner Lager dürfte durch Brandts Kampfansage jedenfalls nicht gerade gesunken sein.